Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Get Even. Unten hier im Bunker, glaube ich, dürfen wir jetzt eine Runde lang marschieren. Ich weiß nicht, wohin wir gehen sollen. Okay. Denken Sie daran, stehlen Sie den Prototypen, vernichten Sie alle Daten. So, danke. Ich hoffe, wir dürfen einfach nur erkunden. Ach, F war das. Ich erkunde erstmal. Ach, wie süß. Kann ich auch ein Foto machen? Anscheinend nicht. Wer hat dich denn hier abgestellt? Ach, wie er immer atmet. Er atmet. Gut, wir können hier, glaube ich, eh noch nichts machen. Ich glaube, ich werde mich irgendwann verlaufen. Da ist eine Tür. Da ist der Hase. Gut zu wissen. Nice. Verschlossen. Super verschlossen. Das heißt, wir können höchstens nur wahrscheinlich da runter. Aber wir haben noch die andere Ecke. Ach nee, da geht es wahrscheinlich genau hier lang. Gut, dann haben wir nur zwei Wege. Hier. Das kann nicht so. Das kann nicht so, wenn wir falsch haben. Das kann nicht so, wenn wir falsch haben. Das kann nicht so. dampft es nur sagt immer schlaf hört sich an wie ein atmen schluss 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 was Was? Okay, ich bin raus, glaube ich. Ich glaube, da komme ich eh nicht. Nein, da komme ich nicht lang. Waren wir denn hier schon mal? Schon einmal. Nicht schon mal. Jetzt kommt uns hier irgendwas entgegen. Könnte alles möglich sein. Das ist die Stimme von... Ups, sorry. Von Observer, unserem... Gut, die Tür geht von alleine zu. Das war mir schon irgendwie klar. Das war mir schon mal. Und was muss ich doch hier machen, oder? Und was muss ich doch hier machen? Gut, das ist es nicht. Kann ich nicht drauf schießen, oder explodiert es dann? Hat das was damit zu tun? Ah, wartet mal. Das ist auch gar nicht mehr heiß. Was ist hier hinten? Auch nichts, dann müsste ja die Tür... Was? Was ist hier? 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 Nicht wirklich. Gut, da ist keiner. Ich glaube wir müssen hier lang. Ich folge auch mal dem Pfeil. Okay. Wenn du die Conagran mit E in dieser Position biegst, kannst du... Oh. 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 Okay. Hm. Ich weiß nicht. Wie ist das? Wie ist das? Ja. Schön. Hast du hier gewonnen? Und dann sind wir... Ich hab ihm gewonnen. Ich bin echt verwurrt. Hä? Ach. Ich bin zurück in der ADS-Büldung. Technisch, du bist nicht da, Herr Black. Deine Anomalie? Wie scanne ich das jetzt? Ich würde gerne diese Anomalie scannen. Das ist jetzt nur die Frage, wie? Und wenn ich mit linker Maustaste schieße ich jetzt? Oh. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ah, mit alt. Ja, sorry, Leute, alt. Da war ich gerade leicht verpeilt. Oh, Gott. Oh, Gott. Arso! Achso! Ah, okay, ja. Ja, sorry. Ja, wartet mal. Ich glaube, ich mache das mal vom letzten Checkpoint. Ich weiß auch nicht, ich war gerade kurz weg, dass ich nicht auf die drauf schießen darf. Das habe ich gerade irgendwie verpeilt. Ich weiß, es ist doof, das hätte ich so jetzt durchziehen müssen. Hm? Ja. 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 Oh kann ich die durch oh ich renne mal ich weiß zwar nicht wo lang ok ich glaube das bringt absolut gar nichts ich war gerade kurz überfordert aber soll ich was denn jetzt soll ich die jetzt umbringen oder soll ich die jetzt nicht umbringen ich bin leicht verwirrt wirklich aber nur leicht okay ready oscar papa romeo charlie 1 0 1 ist es dick dick if you didn't know not even here that's it i'm filing a complaint und 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 ich weiß zwar nicht was ich machen muss da ist noch ein auto zu weit weg werden ja ein bisschen konzentriert das ist das ist das ist das ist oder ist du Oh Gott. Steh auf. Nein. Ach, wartet. Jetzt bin ich ja gerade... Oh, hä? Wie habe ich denn das gemacht? Ich bin gerade irgendwie aus dem Spiel getappt. Ha, ha, ha. Alter. Was war das? I don't understand how this works. Everyone seems off somehow, but it feels so real. So do dreams, Mr. Black, until you wake up. That's the best way I can explain it. But Pandora is still not fully capable of simulating human behavior. I would advise against creating too much disturbance. Every time you kill someone, you rewrite the memory, which may cause distortion. Oh, ich hätte... Oh, ich hätte vielleicht nicht über die Toilette gehen dürfen. Oh, ich habe mich über die Toilette. Oh, ich meinte. Oh, ich habe jetzt ein paar Zellen. Ich habe hier ein paar Zellen. Ach, ich bin der Punkt, Theo. Oh. Dreh dich um. Ach du Scheiße. Ich bin gerade so konzentriert, dass ich euch nicht sagen kann, ob ich jetzt das Zielgerass gerade richtig mache oder falsch. Ich bin gerade so konzentriert, dass ich euch nicht sagen kann, ob ich das Zielgerass. Er ist ein Sir, oder? Ja. 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 Ich würde gerne ... Ich glaube, ich muss da drüben hin. Den gegebenenfalls ... Die ist eins oben, glaube ich. Die Rüstung hat mich gerade erschrocken. Der eine ist gerade auf Klo. Strudert sich gerade eins. Vielleicht konzentriert. Das ist gut. Alles klar. Au. 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 Hallo. Au. 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 Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß gar nicht, was ich mache. Ich bin so ein Trottel. Ich bin so ein Trottel. Ich weiß gar nicht, was ich mache. 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 Was schießen die? Ich warte noch mal kurz, bis sie sich beruhigt haben. Trotzdem weiß ich nicht, was ich jetzt hier machen soll. Ich scheine eins oben zu sein. Ich würde sagen, ihr Lieben, ich warte hier ganz kleinen Cut machen, bis sie sich beruhigt haben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.